Ich finde es pretty wild, wenn Leute ihrem Herz folgen und wenn sie dabei nicht wie eine Dampfwalze in das Leben gehen, das nicht links und rechts schaut, sondern mit viel Empathie ihren Platz im grossen Ganzen finden. Weil ich glaube, dass wir alle nicht nur uns selber am glücklichsten machen, wenn wir ein Leben leben, das uns erfüllt, sondern wir so auch am ehesten einen positiven Effekt auf dieses Umfeld hängt. Und das ist doch pretty damn wild.